Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. Ich teste nun schon seit über zwei Monaten die neuen Amazfit True Wireless Kopfhörer namens PowerBuds Pro. Eventuell könnt ihr euch erinnern, ich glaube im letzten Jahr, September ungefähr, hatte ich ja die Review rausgehauen zu den Amazfit PowerBuds ohne Pro. Die wurden ja meine neuen Lieblingskopfhörer. Wie ist das nun hier mit den Amazfit PowerBuds Pro ersetzen, die jetzt meine ehemaligen oder vielleicht immer noch Lieblingskopfhörer? All das erfahrt ihr direkt nach dem sehr, sehr, sehr kurzen 6 Sekunden Intro. Während der 6 Sekunden könnt ihr gerne schon mal einen Daumen hoch oder einen Daumen runter da lassen, wie ihr möchtet. Vielen Dank für eure Unterstützung. Gleich sehen wir uns wieder. Die PowerBuds Pro kosten aktuell knapp 130 Euro und für dieses Geld bekommt ihr natürlich die Earbuds mit Silikon-Eartipp schon drauf, Größe M. Das Lade-Case, noch weitere drei Ear-Tipps in Größen S, L und XL sowie ein USB-A auf USB-C Ladekabel. Die Amazfit PowerBuds, die ja vor gut einem Jahr rauskamen, unterscheiden sich im Übrigen zu den PowerBuds Pro auch von der Form. Denn die neuen PowerBuds Pro haben, wie ihr glaube ich schon direkt erkannt habt, die Earbuds haben einen Stil. Amazfit ist im Übrigen eine Produktsparte, ich weiß selber nicht, wie man es nennen soll, von Huami. Das sage ich nur deswegen, weil alle Xiaomi-Fans da draußen werden Huami wahrscheinlich kennen. Amazfit stellt aber auch, kennt ihr wahrscheinlich Smartwatches, beziehungsweise eher Fitness-Tracker her. Dafür braucht man dann, um diese Watches zu benutzen, die ZEPP-App. ZEPP ist vielleicht so das Mutterunternehmen, ich bin mir da wirklich nicht zu 100% sicher. Es ist irgendwie kompliziert, warum dann ZEPP auch nochmal Uhren herstellt, die eigentlich auch Amazfit-Uhren sein könnten. Eigentlich will ich nur die Überleitung schaffen zur ZEPP-App. Denn da ist zum Glück alles einfach. Ihr braucht, egal ob Amazfit-Produkte, ZEPP-Produkte oder Huami-Produkte, diese ZEPP-App. Denn damit könnt ihr alles bedienen oder auch ganzen Einstellungen machen. Also Überleitung, wir gucken uns jetzt mal die ZEPP-App an. Zum Case habe ich noch nicht so viel gesagt, aber dazu gibt es auch nicht viel zu sagen. Wir haben hier einen USB-C-Anschluss, wo wir natürlich das Case aufladen können. Status-LED haben wir hier vorne auch noch. Wenn wir das Case öffnen mit den Earbuds drin, dann wird uns sofort am Smartphone auch angezeigt, dass er die Amazfit Power Buds Pro erkannt hat. Wir können die dann auch miteinander verbinden. Sobald wir die Earbuds mit der ZEPP-App gekoppelt haben, dann wird automatisch nach jedem Verbinden ein Pop-Up-Fenster aufgehen beziehungsweise auch hier oben in der Benachrichtigungsleiste erscheinen, wo wir den aktuellen Ladestand des Cases und der beiden Earbuds rechts und links ablesen können. Sehr nützliches Feature, wie ich finde. Wenn ihr aber das Pop-Up-Fenster übersehen habt, dann könnt ihr auch die ZEPP-App öffnen, auf eure Power Buds Pro gehen und dann seht ihr hier natürlich auch nochmal den aktuellen Ladestand. Hier könnt ihr aber dann auch noch viel, viel mehr machen, nicht nur Updates, sondern auch direkt als erstes hier zum Beispiel seht ihr die Geräuschunterdrückungs-Modi. Die könnt ihr hier aktivieren oder deaktivieren. Neben dem ANC habt ihr ganz links ja auch noch Thru gerade gelesen. Das ist sozusagen der Durchlass-Modus. Den hat Amazfit auch noch im Angebot sozusagen. Dann hört ihr viel, viel mehr von der Umgebung, denn die Mikrofone werden aktiviert und dann könnt ihr an der Kasse die Kassiererin hören oder am Bahnhof die Durchsagen beispielsweise. Ein nützliches Feature. Möchte man aber die Geräuschunterdrückung aktivieren, dann hat man sogar noch die Auswahl zwischen Adaptiv, Reisen, Training oder Indoor-Sport. Adaptiv habe ich jetzt hier meistens eigentlich die ganze Zeit im Test ausgewählt, dann wird der Pegel automatisch je nach Umgebungsgeräuschen angepasst. Das ANC funktionierte im Test zufriedenstellen, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Es gibt andere Konkurrenzhersteller, die auch Kopfhörer herstellen oder auch in ihr Kopfhörer herstellen mit besserem ANC, besserer Geräuschunterdrückung. Ich gebe aber offen zu, ich mag das Gefühl eh nicht. Ich fühle mich da immer wie unter so einer Glocke, egal ob es die teuren Kopfhörer mit ANC sind oder die günstigen mit ANC. Das heißt, wenn ihr ANC nutzen möchtet, könnt ihr es mit diesen Kopfhörern. Es gibt bessere, aber es ist trotzdem besser, als gar kein ANC zu haben. Die normale passive Geräuschunterdrückung hat mir persönlich aber auch vollkommen ausgereicht. Dann habt ihr die Dinger erstmal im Kopf, äh im Kopf, im Ohr, ohne ANC jetzt zu aktivieren. Dann habt ihr auch schon so eine Geräuschunterdrückung. Und diese Abschirmung hat mir vollkommen ausgereicht. Mikrofone sind übrigens auch in den Earbuds verbaut und diese leisten gute Arbeit bei ruhigeren Umgebungen. Ist man auf einer vielbefahrenen Straße unterwegs, dann gibt es auch gerne mal Aussätze, beziehungsweise die Umgebungsgeräusche werden mehr wahrgenommen als das gesprochene Wort. Das Unternehmen ZEP hat sich auf smarte Produkte im Gesundheitssektor spezialisiert. Das heißt, wir haben hier ein paar Features, Gesundheitsfeatures, die ihr wahrscheinlich von anderen Kopfhörern nicht so kennt. Das können wir auch nochmal hier in der App uns nämlich ein bisschen genauer angucken. Den Punkt Hörvermögen fand ich ganz interessant. Während ihr Musik hört, wird euch dann nämlich hier angezeigt, wie viel Dezibel ihr gerade ausgesetzt seid und ob das zu hoch für eure Ohren ist. Ich mache jetzt die Musik ein bisschen lauter. Dann seht ihr, dass mir die App sagt, dass das Ganze einfach zu hoch ist. Jetzt werde ich ein bisschen leiser. Und jetzt haben wir hier derzeit die Ohrhörer-Lautstärke mittel und sind so im grünen Bereich. Da ich leider meine Musik meistens auf fast voller Lautstärke höre, freuen sich meine Ohren über dieses Feature, weil so habe ich das Ganze ein bisschen mehr unter Kontrolle und achte jetzt auch darauf. Direkt unter der Dezibel-Angabe wird dann auch noch die Hördauer auf Grundlage der jeweiligen Lautstärke von dem Maze Fit empfohlen. Also wie lange wir jetzt noch Musik hören können oder sollten mit der jeweiligen Lautstärke. Insgesamt finde ich es sehr cool, dass der Maze Fit auch an unser Hörvermögen denkt. Als nächste Idee finde ich auch noch die Funktion Nackenschutz sehr interessant oder auch gut an sich, theoretisch jedenfalls. Hier wird nämlich der Winkel unseres Kops sozusagen angezeigt und ob das noch okay ist oder ob wir zu weit nach unten gucken, zu weit nach oben, ob unsere Halswirbelsäule mit dem getragenen Gewicht dann ganz gut zurechtkommt oder nicht. Wir können das Ganze auch aktivieren und deaktivieren natürlich, wenn wir das möchten und müssen das Ganze dann auch kalibrieren. Und damit kommen wir auch direkt zum Punkt, während ich es jetzt mal ganz kurz kalibriere. Dafür muss ich beide Kopfhörer im Ohr haben. In der ganzen Testphase von über zwei Monaten hat das nicht einmal bei mir funktioniert. Ich habe das die ganze Zeit des Öfteren kalibriert auch neu, die Sitzhaltung. Jetzt sitze ich auch gerade, jetzt erkennt gleich der Kopfhörer meinen Winkel, 0 Grad. Und egal wie oft ich es probiert habe, ihr seht es ja selbst, es wird nicht aktualisiert. Ich mache meinen Kopf jetzt nach unten, ich gucke aufs Smartphone. Eigentlich müsste jetzt der Kopfsenkungswinkel nicht so geil sein und gehe wieder zurück auf Nackenschutzsicherheit, weil ich vielleicht das Ganze aktualisieren muss. Und er sagt trotzdem noch, der Halswirbeldruck ist mild, gute Haltung der Halswirbelsäule. Und das ist jetzt gerade kein guter Winkel sozusagen. Ich kann krumm und schief da sitzen, es verbessert sich nicht, beziehungsweise es wird nicht aktualisiert. Nette Idee. Bei mir, bei meinem Testgerät hat es aber leider Gottes nicht funktioniert. Als weitere Gesundheitsfeatures bieten die Amazfit Power Buds Pro auch noch die Lauferkennung hier. Hier werden dann automatisch die Trainingsdaten gespeichert, wenn der Lauf erkannt wird. Also die Power Buds Pro erkennt dann automatisch, dass ihr gerade joggt und dann wird das Ganze aufgezeichnet. Außerdem kann auch noch der sogenannte Motion Beat Mode aktiviert werden oder natürlich auch deaktiviert werden. Dann werden die Bässe der Musik betonter beim Trainieren. Allgemein kann ich übrigens den Sound fürs Training empfehlen. Mich persönlich hat das immer wieder in den letzten zwei Monaten stark motiviert. Natürlich mit der passenden Musik, aber die Bässe sind hier richtig schön kräftig und der Sound oder die Lautstärke geht auch schön laut. Das motiviert mich persönlich beim Training immer am meisten. Es gibt aber noch weitere Gesundheitsaspekte. Eventuell habt ihr es im Titel schon gelesen. Wir haben hier eine Pulsmessung, denn direkt unter dem rechten Earbud und unter diesem Ear-Tip befindet sich ein PPG-Sensor. Dank diesem kleinen Sensor hier im rechten Earbud hat die Pulsaufzeichnung im Übrigen auch sehr gut funktioniert. Da gibt es nichts zu meckern. Die Werte stimmten fast immer und waren vergleichbar mit einem Brustgurt. Ihr werdet auch mit einem Ton benachrichtigt, wenn euer Puls einen bestimmten vorher selbst definierten Wert, können wir hier dann alles aktivieren und deaktivieren und auch den Wert einstellen, überschritten hat. Die Trainingsaufzeichnung ist innerhalb der ZEP App auch sehr ausführlich und die Daten können auch synchronisiert werden mit der Apple Health, Google Fit. Und aktiviert man übrigens auch noch, fällt mir gerade ein, hier unter dem Punkt Amazfit Power Buds Pro und dann hier unten mit App von Drittanbietern verbinden, aktiviert man das Ganze. Zieht natürlich ein bisschen an der Akku, an der Akkulaufzeit. Dann wird die Herzfrequenz von den Power Buds Pro auch an Runtastic, Endomondo, Runkeeper, MapMyRun und Keep gesendet. Aber ich will euch das mal mit dem Puls nochmal zeigen und zwar, wenn ihr jetzt den rechten Earbud oder ich jetzt den rechten Earbud hier einsetze, bin dann im Trainingsmodus. Dann seht ihr hier oben links auch schon direkt bei den Power Buds Pro, wenn ich die verbunden habe, die Power Buds oder die Amazfit BibView Pro habe ich jetzt hier nicht verbunden. Dann seht ihr hier oben auch meinen Puls. Misst ihr einfach mal direkt dann, habt ihr ja gerade gesehen und wir können auch auf Start tippen. Und dann wird nach einer gewissen Zeit, wenn der Lauf jetzt sozusagen gestartet ist, dann auch unter Puls nach einer gewissen Zeit natürlich auch noch meinen Puls angezeigt. Und auch kontinuierlich gemessen. Die Amazfit Kopfhörer sind im Übrigen IP55 geschützt. Schwimmen sollte man mit ihnen also nicht unbedingt, aber Regen und Schweiß macht den Earbuds nichts aus. Und ihr müsst übrigens auch nicht beide Kopfhörer nutzen. Ihr könnt ein Kopfhörer rausnehmen, entweder in den Case reinpacken, wenn der Kopfhörer weiter geladen werden soll oder auch woanders hinlegen. Und ihr könnt dann mit dem anderen Kopfhörer, den ihr im Ohr habt, weiterhin Musik hören. Also ihr könnt auch nur einfach einen Kopfhörer nutzen. Außerdem haben aber auch beide Kopfhörer noch die automatische Trageerkennung mit an Bord. Das heißt, nehmt ihr einen Kopfhörer raus oder beide, dann wird automatisch die Musik pausiert. Setzt ihr beide wieder ein oder ein, dann wird automatisch die Musik genau ab dem Punkt, wo die Musik pausiert wurde, auch wieder gestartet. Innerhalb der ZEP App habt ihr aber auch noch die Möglichkeit, einen Musik Equalizer dazu zu schalten. Das heißt, wenn ihr mit der Klangabstimmung nicht so richtig zufrieden seid, könnt ihr hier alles individuell auch noch anpassen, wenn ihr möchtet. Und das Coole ist, die Einstellungen sind dann sozusagen global für egal welche Musikplattform, nicht jetzt, man kennt das vielleicht noch von früheren Kopfhörern. Ich weiß nicht, ob heutzutage sowas überhaupt noch hergestellt wird, aber dann konnte man den Equalizer nur für die eigene Musik App, Musik Player App vom Smartphone nutzen. Sei es jetzt bei Xiaomi Geräten die Mi Musik App und nicht eben für Spotify und Co. Hier ist das aber zum Glück anders, global, für Spotify, YouTube, Deezer oder was weiß ich, was es alles noch so gibt. Egal wo Sound rauskommt, die Equalizer Einstellung, die ihr hier individuell eingestellt habt, mit der hört ihr dann auch den Klang. Zum Schluss möchte ich auch noch zu einem weiteren Punkt kommen, den ihr hier einstellen oder individuell einstellen könnt, und zwar die Gesten. Und damit kommen wir auch zu meinem persönlichen größten Kritikpunkt an die Amazfit Power Buds Pro. Gut finde ich, dass ihr die Gesten individuell hier einstellen könnt. Schade finde ich, dass man hier nirgendwo die Lautstärke mit den Kopfhörern oder an den Kopfhörern direkt regulieren kann. Noch viel blöder finde ich aber hingegen, dass wir an den Earbuds nicht irgendwie, wie wir es von vielen anderen kennen, einen bestimmten Touchpunkt hier haben. Also, dass wir einfach hier einmal rauftippen oder zweimal rauftippen, dreimal rauftippen und dann passiert irgendwie was. Sondern wir müssen den Stiel mit Daumen und Zeigefinger drücken. Einmal drücken, pausiert in meinen Einstellungen die Musik oder gibt es natürlich auch wieder zweimal drücken, geht ein Track vor. In der linken Seite, wenn ich zweimal drücke den Stiel, dann ein Track zurück. Und bei dreimal drücken starte ich den Sprachassistenten. Gedrückt halten darf man natürlich auch nicht vergessen werden. Da schalte ich dann hier durch, durch die verschiedenen Geräuschmodi. Ich konnte mich jetzt aber nach über zwei Monaten des Testens immer noch nicht so richtig an diese Gestensteuerung gewöhnen. Manchmal erreiche ich nicht sofort den Stiel oder nicht den Punkt. Jetzt Vorführeffekt hat es natürlich geklappt. Aber ich finde das ganze System irgendwie auch ein bisschen fehleranfälliger als bei anderen Kopfhörern, wo man einfach rauftippt und dann das erreicht, was man erreichen möchte. Versteht mich aber jetzt nicht komplett falsch. Es ist jetzt kein komplettes Ausschlagskriterium. Aber ich selbst habe mich einfach immer noch nicht daran gewöhnt. Und es gab mehrere Tage, wo ich dann mir gedacht habe, so warum hat Amazfit nicht einfach wie auch bei den Power Buds ohne Pro sich dafür entschieden, die Fläche hier außen einfach als Touchfeld zu nutzen. Wofür sich Amazfit aber dafür entschieden hat, ist in die Power Buds Pro recht große Akkus zu verbauen. Bei mittlerer Lautstärke sind wir so ungefähr, ja, habe ich so ungefähr neun Stunden Musikgenuss geschafft ohne Ladecase. Wenn ihr die Earbuds dann aber zwischendurch mal im Ladecase zwischenladet, dann kommt man auf gute 25 bis 30 Stunden. Voll aufladen könnt ihr dann das Case in maximal zweieinhalb Stunden, wie ich im Endeffekt schon berichtet habe. Jedoch nur via USB-C-Anschluss kabellos geht das leider Gottes nicht. Also, zusammengefasst kann ich die Amazfit Power Buds Pro empfehlen, wenn ihr das Design mögt und eben auch die Steuerung über den Stil selbst. Insgesamt sind das nämlich wirklich sehr gute True Wireless Kopfhörer mit einem sehr guten Klang, guten Bass und einer Menge Gesundheitsfeatures. Manche sind wirklich sehr nützlich, manche eher nice to have. Der Tragekomfort war bei mir auch sehr gut. Ein Earbud wiegt so circa 6,7 Gramm, also man spürt die fast kaum im Ohr. Außerdem sind mir die auch nie aus den Ohren herausgefallen. Wir haben hier ein Bluetooth 5.0 Modul verbaut. Leider Gottes nur mit einer Codec-Unterstützung von SBC und AAC. APTX hätte ich mir hier gewünscht. Bei 130 Euro hätte ich das sehr gerne gesehen. Sucht ihr gerade neue Kopfhörer, dann schaut euch auf jeden Fall die Amazfit Power Buds Pro ein bisschen genauer an. Vor allem, wenn ihr eh eine Pulsmesse vielleicht noch in eurem Kopfhörer sucht, weil ihr keinen Fitness-Tracker tragen möchtet, dann führt da fast eh keinen Weg dran vorbei. Dann schaut auf jeden Fall mal ein bisschen genauer euch die Power Buds Pro an. Das Gesamtpaket stimmt nämlich an sich. Aber jetzt bleibt mir nichts weiter mehr übrig, außer zu hoffen, dass ihr dieses Video hier interessant fandet und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich würde mich freuen, dafür am besten abonnieren, weil dann verpasst ihr auch kein Video. Vor allem, wenn ihr die Glocke noch aktiviert und so weiter, was man nicht alles noch machen kann. Wenn ihr euch dreimal im Kreis dreht und fünfmal hochspringt, dann seht ihr wirklich jedes Video. Nein, Spaß beiseite. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, falls ihr es nicht eh schon getan habt. Macht's gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch seid.